guten tag und herzlich willkommen zur deutschland diagnose was läuft alles falsch in unserem land mit zu gast bei mir ist mein kollege kai gottschalk jetzt mitglied im ausschuss für finanzen und neu gekröntes mitglied beziehungsweise auch vorsitzender des untersuchungsausschusses wirecard und wir stellen heute die frage wie korrupt ist eigentlich unsere bundesregierung und ist das noch erträglich kai worum geht es in diesem wirecard untersuchungsausschuss ganz vorweg gestellt man mit der diagnose ist es nicht mehr erträglich es geht um ein kernthema unserer partei ein gründungsgen lobbyismus also da geht ein von uns zu gutenberg und ein ex geheimdienst mitarbeiter ein und aus im kanzleramt es werden keine mitschnitte gemacht keine protokolle es wird gesagt es kommen freunde zu besuch da tun wir das nicht und dieser freund sagt dann zu frau kanzlerin werben sie doch mal für wirecard die tut das dann auch und das kanzleramt weiß von nichts obwohl einfach googeln geholfen hätte und ich nenne ihn mal nennen sie immer die beiden dream boys oder sunny boys vom kanzleramt einer war bei uns dr hoppenstedt weiß von nichts es gibt keine geheimdiensterkenntnisse ein trauriges bild und dann fragen wir parlamentarier zweimal bei der bundesregierung an ob eventuell bafin mitarbeiter die gerade war ja hat ja auch mit beaufsichtigen sollten ja vielleicht auch mit aktien gedealt haben der aktiengesellschaft war ja gerade in der ersten anfrage wird verleugnet in der zweiten muss man anerkennen ja es gab wohl einige fälle und sicherlich werde ich da deutlich nachhaken wenn ich mir aber das gesamtkonstrukt deutschland anschaue dann ist es doch mittlerweile seit der wiedervereinigung so man versucht kompetenzen und verantwortung auszulagern damit die bundesregierung sozusagen immer frei von jeglicher schuld ist und was sich innerhalb dieser behörden oder dieser unterabteilung dann abspielt das spottet jeder beschreibung ich würde es mal mit dem ausdruck bananenrepublik titulieren erinnerungslücken wie im schweizer käse waren ja schon helmut kohl zu eigen ist das etwas spezifisches für die cdu oder gibt es da letztendlich diese tendenz in allen politischen richtungen und parteien du hast gerade angesprochen auch ministerien und unterabteilungen von behörden sind betroffen ich würde mal sagen das ist mittlerweile altparteien übergreifen da hilft vielleicht galama ich mache jetzt mal schleichwerbung aber spaß beiseite das ist natürlich purer macht erhalt und man versucht in einer art von salami und zermürbungstaktik uns als opposition und gerade uns als größte oppositionspartei an jeder stelle hinzuhalten und natürlich das unvermeidliche ich denke die wahrheit wird ja ans tageslicht kommen so lange wie möglich raus zu zögern und ich werde alles versuchen als ausschussvorsitzender licht in dieses dunkel zu bringen aber der zustand unserer republik gibt mir arg zu denken auch zu corona zeiten müssen wir nicht darüber reden das ist auch ein thema gerade ich weiß nicht wie du das siehst aber ich habe das gefühl wir werden von einem neuen zentralkomitee bestehend aus ministerpräsidenten und kanzlerin regiert ich weiß nicht wie du das siehst das ist in der tat so wir haben letztendlich eine zunahme von exekutivgewalt und die legislative wird gar nicht gefragt und was ja sehr interessant war in der plenardebatte zur regierungserklärung der kanzlerin das war ja nur eine erklärung keine beschlussfassung war dass die abgeordneten der regierungskoalition sagten das wurde auf landesebene entschieden aber wenn du dann die landtagsfraktionen fragst da wird auch nichts entschieden das bedeutet wir haben exekutivgewalt auf den auf der länderebene die sich mit der exekutivgewalt auf der bundesebene letztendlich vereint um die legislative also uns abgeordnete die demokratisch gewählten abgeordneten auszuschließen und das ist ein riesengroßes problem und stattdessen fährt eben eine angela merkel nach china und bewirbt wirecard was war denn eigentlich so toll an diesem unternehmen dass merkel da tatsächlich auch noch lobbyismus dafür betrieben hat also man sagt man hätte endlich mal wieder aber das vielleicht auf andere gründe zurückzuführen ein global player in einem wachstumssegment wir sind ja mehr old economy und da muss man sagen fallen uns ja wenn wir uns als tiger bezeichnen auch die zähne raus autoindustrie im wandel stahlindustrie wird verkauft ganz andere zweige sind schon in deutschland platt gemacht worden biotechnologie gentechnologie weil man sich aus ethischen gründen da verweigert hat und jetzt hatte man mal so meinte man wieder ein big player der international tätig ist neben sap in dem zukunftssegment eben internet und finanzdienstleistungen und das wollte da wollte man an diese story glaube ich an der stelle glauben man hat alles versucht und das ist ein weiteres behördenversagen was wir hier zur sprache bringen müssen nicht den markt zu schützen sondern man hat versucht ein unternehmen zu schützen das ist nicht aufgabe der bafin und viele andere mitarbeiter sondern man hat hier ein eklatantes markt versagen verursacht im glauben endlich einen global player vor wen auch immer wen auch immer schützen zu müssen das war glaube ich kern und angelpunkt und dass eine kanzlerin wir haben es im ausschuss gesagt schon vielleicht man hätte googeln können mit ihrem kanzleramt dann wäre sie schon auf die ungereimtheiten ich sag mal denn mcrumm den wir ja nächste woche mittwoch den financial times redakteur und journalisten haben werden statt dem zu glauben und ich sag mal die medaille umzudrehen zu hinterfragen kann da was dran sein hat man den mit klagen und anzeigen überzogen man hat ein lehrverkaufsverbot erlassen was es noch nie in der geschichte der bundesrepublik in der form gab also wie gesagt wir kommen vielleicht ja noch andere themenfelder die das gleiche bildnis zeigen ich kann ich kann bei der treuhand anfangen und kann von der treuhand mich vorarbeiten zum untersuchungsausschuss wirecard kann zurückblicken auf berateraffäre maut unser land muss sich wirklich sagen ähnelt mehr einer südamerikanischen republik langsam nur jeder kriegt noch genug geld deswegen fällt es nicht so auf und ich bin besorgt um den zustand unserer demokratie du stellst es ja selbst gerade in eine historische perspektive markt versagen behörden versagen berater versagen welche rolle spielen die berater in unserer exekutive in unserer regierung wie demokratisch legitimiert ist das alles noch wie qualitativ fundiert ist das überhaupt und wie siehst du diese rolle der berater die wir immer wieder auftauchen sehen egal ob es um wirecard geht oder um den unter also um usula von der leyen und ihr missraten des verteidigungsministerium beziehungsweise ihr management davon da gibt es einen eigenen untersuchungsausschuss dazu welche rolle spielen berater in der demokratie des 21 jahrhunderts eine ganz fatale wenn man von der von den medien als sogenannter vierter gewalt im starte reden dann ist das untertrieben weil die wirklich vierte gewalt im starte mit einer weile und da kann man interessante reportagen auch im fernsehen zu schauen das sind die berater nennen wir mal die big vor die ich hier wirklich aufs korn nehmen würde also die vier großen wirtschaftsprüfungsgesellschaften da sind kpmg da ist ernst and young deloitte und so weiter und diese vier teilen eigentlich gerade diesen lukativen großen kuchen unter sich auch man muss sich vor man muss sich vorstellen ernst and young hat zehn jahre lang wirecard geprüft und diese 1,9 milliarden irgendwo als vorhanden gegeben gesehen während kpmg vier monate fünf monate intensiv eine sonderprüfung durchführt übrigens von wirecard veranlasst damit endlich ruhe in die gesamte geschichte kommt so sicher war man sich mit dem betrugsmodell und die haben dann das gefunden wir kennen das auch diese berater die testieren eine bilanz die sind steuerberater und dieselben gesellschaften die ich eben genannt habe die schreiben in brüssel gesetze die schreiben für die bundesregierung gesetze die schreiben für die englische regierung gesetze und bauen die hintertür diese sich teuer bezahlen lassen von den unternehmen die sie beraten die sie testieren beraten sie dann wo könnte man steuerschlupflöcher finden wir haben mit einer weile ein start im staate geschaffen und unsere regierung hat nicht mehr die kompetenz vorhalten weder im wirtschaftsministerium noch im justizministerium in irgendeinem ministerium nicht mal im verteidigungsministerium bedient sich für teures geld dieser berater und die höhlen unseren rechtsstaat dann auch noch in der form aus dass sie gesetze mit backdoors mit hintertüren schaffen bei dem man sich ganz elegant heraus argumentieren kann ohne politisch legitimiert zu sein und ohne und das will ich ändern zumindestens wirtschaftliche verantwortung zu tragen das ist ein grundübel unseres landes dann müssen wir rein das nicht mal unseres landes der eu die wir reformieren wollen und eines jeden staates mittlerweile dieser berater sind staat im staat und haben mehr macht als ihnen zusteht das müssen wir beschneiden wir schauen zehn jahre in die zukunft ein gewisser kai gottschalk ist finanzminister womit fängst du an erst mal mit einer grundlegenden steuerreform die den namen verdient damit mindestens 1000 gesetze und sonderabschreibung möglichkeiten rausfliegen mir schwebt vor ich denke das wird auch im bundesparteitag nicht besprochen den steuertarif so zu reformieren vielleicht in einen stufen tarif damit wir das elend der kalten progressionen mindern da müssen wir ran und dann sollten wir uns auch über modernität unterhalten da kommen ja einige anträge da will ich heute mal nicht vorgreifen da ist ja schon musik auch in der bundestagsfraktion ich finde aber ein antrag von renne springer persönlich sehr gut aber dann müssen wir überschreiten was wir in der nächsten maßnahme ich würde tatsächlich den eu-weiten steuerdumping wettbewerb stoppen das heißt wir müssen uns endlich darüber im klaren sein dass unternehmen nicht mehr in diesem maße verrechnen können um sich in deutschland künstlich arm zu rechnen und in niedrigsteuerländern dazu gehört irland wir kennen den fall apple mit mit 50 euro gewinnsteuern auf 100.000 euro umsatz da wird sich jeder handwerker freuen das macht aber nicht nur apple das macht die deutsche industrie dort so dass man unsere banken so das macht amazon so das machen ebay so facebook alle in diesem account versuchen da jetzt darauf zu reagieren die europaweite steuern fordern also eu steuern steuern auf ihr frist höhere vollkommen klar dass das gegen jegliches prinzip der europäischen verträge verstößt weil es eine staatlichkeit der europäischen union begründen würde kriegen wir das aufgehalten also ich hoffe mal schon aber wenn die beiden sich zurzeit einig sind dann beugt sich ja ganz europa sozusagen willfährig zu boden verneigt sich was dort gemacht wird ist nichts anderes als dem gefräßigen staat wieder mal geldquellen mit einer völlig falschen begründung zu erschließen nochmals ich glaube ein allererster linie sollten uns an die schwäbische hausfrau erinnern ich kann nicht auf dauer mehr ausgeben als ich einnehme damit hätten wir schon mal einen großen lösungsansatz gefunden wir könnten einsparen ohne ende ich will jetzt nicht mit gender gaga und vielen anderen dingen anfangen aber wir haben alleine im familienrecht über 160 regelungen die sich teilweise widersprechen wir geben so viel geld in unserem land für kinder und familien aus wie kein anderes land und trotzdem resultate null das heißt ich glaube wir sollten auf eine echte familienförderung einsteigen da kommen auch anträge die ich mit professor dr hessenkämper mal vorbereitet habe wir sollten tatsächlich zu einem echten familien splitting kommen wir sollten nicht die heirat dazu legitimieren steuerdumping zu betreiben das war nie glaube ich gedanke des gesetzgebers vor über nunmehr 70 jahren familie hat man immer mit kindern früher verbunden das ist heute anders ist es schön aber das müssen wir steuerlich nicht fördern also wie gesagt da gibt es so viele möglichkeiten und hier will einfach merkel und macron wieder geld schließen vielleicht noch eine europäische steuer draus machen damit diese gefäßige eu sich dann durch die hintertür auch da geldquellen von allen ländern sicher die sie dann ohne rückfrage das ist unser recht ja also das budget und haushaltsrecht ist königsrecht des deutschen bundestages in unserem grundgesetz verbrieft und das versucht man hier auszuhebeln da müssen wir uns gerichtlich mit allem was geht wehren ich möchte nicht auch noch sozusagen steuersklave der eu werden und ob man dann tatsächlich milliarden einer ursula von der leyen anvertrauen möchte die zwar siebenfache mutter ist aber eben damit wären wir wieder beim thema oder zurück am anfang durch ihre berater affäre ebenfalls einen untersuchungsausschuss provoziert hat und durch ihre man muss ja auch mal sagen sehr schlechte arbeit als verteidigungsministerin das ist dann natürlich noch mal die andere frage wir kämpfen für eine steuervereinfachung wir kämpfen für steuerhoheit auf nationaler ebene genau ich habe herzlich zu danken kai gottschalk lieber normal danke danke für die einladung komm gerne wieder gerne bitte bitte Vielen Dank.